Hallo zusammen, hier ist Janik von der Fachstelle Kinder- und Jugendanimation 20 in VWF. Ich zeige euch heute den nächsten Breakdance-Trip, den ihr zu Hause üben könnt. Das letzte Mal haben wir schon ein paar, drei Stück gemacht. Wir haben den Kuss gemacht, den Ingens gemacht. Und wir haben einen Schritt am Boden gemacht und den Knee-Frau. Heute zeige ich euch das erste Schritt am Boden. Der sieht folgendermaßen so aus und nennt sich Sisi. Der Sisi sieht so aus. Jetzt aber ganz langsam ist es folgendermaßen. Die Grundposition ist immer so. Da braucht man sehr viele Breakdance. Wenn es macht, dass es eine Beschneidung ist, denkt immer daran. Schaut euch immer auf die Füße oben. Wenn ihr höher seid, macht euch das. Das ist viel absprennender. Jetzt sind wir so. Jetzt nehmen wir das andere Bein in die Füße. Wir stecken es. Wir können hier noch ein bisschen. Das Bein ist angenehm. Dort, wo das Bein gesteckt ist, nehmen wir die Hand. Die andere Hand bunt. Wir gehen mit den Knie zusammen. Wir gehen mit der Knie zusammen. Wir machen einen Kick. Wir gehen Cowboy und legen einen Hinblick gegen den Ufer. Zwei mit der Rettung. Wir sehen wieder die Grundposition. Wir strecken das andere Bein. Wie gesagt, ein Rayter spielt das von rechts zu links, von links, von rechts oder links. Wir machen den zweiten Kick. Wir nehmen zwei mit der Rettung. Heiß also mit 1 oder 2, Rettung, 3, 4. 3, 4, 5, 6, 7, 8 Man kann natürlich ganz unterschiedlich machen. Man kann mit zwei Händen machen. Man kann mit einer Hand machen. Man kann groß machen und klein machen. Das ist mein Lieblingsstück hier im Footwork, hier am Boden. Ich zeige euch gleich noch Minus 10 auf die Musik. Das war der erste Schritt am Boden. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Schritt. Dann üben. Vergesst nicht, eure Balm zu machen. Dann könnt ihr euch einlehnen. Macht euch ein bisschen warm. Alli high. Sehr gut. Ich wünsche euch viel Spaß. Ciao, ciao.